entwurf geschrieben von wilfried liebe am 8 juli 2010 entwurf ein kuss der nach himbeereis schmeckt kann anderswo und irgendwann eine furunkel machen ferngesteuert wenn du im politbüro denken lässt natürlich ist deine idee noch lange nicht der luftballon zur reise übers mittelmeer denk an den pc lösche die alte software oder überschreibe sie mit einer guten zahl wird jeder hier sein eigener steuermann manche wollen das nicht die angst vor dem eigentor